Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. So begrüße ich immer meine Schüler, jeden Morgen, vor jeder Stunde. Guten Morgen, dann kriege ich auch meistens eine Antwort. Bei den Jüngeren so richtig schön im Chor, bei den Älteren dann eher so ein Moin. Aber ja, ich habe das Vorrecht, heute nicht zu meinen Schülern sprechen zu dürfen, sondern zu Geschwistern im Glauben. Und das freut mich ungemein. Und deswegen kann ich euch mit einem viel schöneren Gruß grüßen als guten Morgen, nämlich mit dem Gruß, den Paulus uns beigebracht hat in seinen Briefen. So beginnt er fast jeden Brief, den er in die Gemeinden schreibt. Mit Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und das wünsche ich euch. Bevor wir loslegen, möchte ich euch das Wort Gottes vorlesen, was die Grundlage für unsere heutige Predigt sein wird. Und zwar ist das im Römerbrief, das zwölfte Kapitel, die Verse 3 bis 8. Könnt ihr sie gerne in euren Bibeln nachschlagen. Ansonsten findet ihr sie hier vorne auch auf der Folie. Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 3 bis 8. Und wir hören das wahre, irrtumslose Wort unseres Gottes. Denn ich, Paulus, sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als es sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre, wer ermahnt, diene in der Ermahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Wir haben ein neues Leben. Durch den Glauben an Jesus müssen wir keine Angst mehr vor dem Tod haben, denn wir haben Frieden mit Gott. Wir haben einen neuen Auftrag, das haben wir gestern Abend gehört. Aufgrund oder angesichts der Barmherzigkeit Gottes sind wir dazu aufgerufen, unser Denken zu erneuern. Und wir sind eine neue Gemeinschaft. Das ist das, was Paulus uns in den Versen 3 bis 8 von Römer 12 erklärt und worum es jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde ungefähr gehen soll. Aber der Reihe nach. Das, was Matthias uns gestern Abend erklärt hat, das nennen wir Heiligung. Die Verse 1 bis 2, die er uns gepredigt hat, erklären uns in Grundzügen, wie Heiligung aussieht. Also wie ein Leben aussieht aus der Kraft des Evangeliums. Die Verse 1 bis 2 von Römer 12 geben uns also das Fundament. Aber sie lassen auch eine Frage offen. Wie sieht das eigentlich mit der Heiligung jetzt ganz konkret, ganz praktisch in unserem Alltag aus? Römer 12 endet ja glücklicherweise nicht mit Vers 2, sondern Paulus wird in den nächsten Versen konkret. Guckt zum Beispiel mal rein in eure Bibeln. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehererbietung komme einer dem anderen zuvor. Und so weiter und so fort. Und das ist doch echt konkret. Verse 9 bis 21 erklären uns Schlag auf Schlag, wie ein Leben in der Heiligung aussehen soll. Aber bevor Paulus uns diese vielen einzelnen Anweisungen für unser Leben als Christen ab Vers 9 gibt, schreibt er interessanterweise über die Gemeinde. Und der Grund dafür ist Heiligung, ein praktisches Leben im Gehorsam ohne Gemeinde. Das ist für Paulus und die gesamte Bibel, das gesamte Neue Testament undenkbar. Natürlich sollst du Gott auch zu Hause und in der Schule und auf der Arbeit oder an der Uni oder wo auch immer du bist, gehorchen. Aber wenn wir überlegen, wohin geht Paulus als erstes, nach Vers 1 und 2 von Römer 12, wenn er über unser Leben als Christen spricht? Er geht nicht in unser Privatleben, nicht in unsere Häuser, sondern er geht in die Gemeinde selbst. Das sind die Verse 3 bis 8. Warum betone ich das so? Ich betone das so, weil wir heute in Deutschland und ich glaube im gesamten Westen ein Problem haben. Das Problem trägt den schönen und schwer auszusprechenden Namen Individualismus. Das heißt, wir betonen den einzelnen Menschen ganz stark. Das ist nicht immer schlecht. Zum Beispiel ist es heute in unserer Gesellschaft sehr wichtig, dass wir jeden Menschen einzeln für sich und auch irgendwie als einzigartig ansehen. Früher wurden Menschen oft einfach nur als Teil der Gruppe gesehen, in der sie eben hineingeboren wurden und dabei ging der Einzelne oft in der Gruppe unter. Aber grundsätzlich hat der Individualismus den Leuten mehr geschadet als genutzt. Jeder wird als Einzelner gesehen, aber jeder muss auch irgendwie einzeln sein Leben bestreiten. Jeder muss einzeln Karriere machen, für sich seine Probleme in den Griff bekommen und am Ende führt der Individualismus leider oft zur Vereinsamung. Der Individualismus hat leider auch auf uns Christen abgefärbt. Zu Recht betonen wir heute, dass jeder für sich selbst glauben muss. Du musst glauben, um gerettet zu werden. Und das ist richtig und das ist wahr und ich glaube, das ist auch in allen Predigten bisher klar geworden. Oft vergessen wir dann aber, dass dieser Glaube in der Bibel immer in der Gemeinschaft mit anderen Christen gelebt wird. Und ich betone das immer, ausnahmslos immer. Oder um es in anderen Worten zu sagen, die Bibel kennt keinen einzigen Christen. Keinen einzigen Christen, der nicht in einer Gemeinde verbindlich dabei war. Und weil das so ist, kann Paulus gar nicht anders, als uns die praktische Heiligung, das Leben im Gehorsam hin zu Christus, im Raum der Gemeinde erklären. Und das sind die Verse 3 bis 8. Und wir wollen eintauchen in diese Verse und Paulus beginnt in Vers 3 mit dem Auftrag, an uns bescheiden zu sein. Ich lese den Vers nochmal. Denn ich sage Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere von euch, na, jetzt hat er da vorne so viel über Gemeinde gesprochen, aber in diesem Vers geht es doch eigentlich überhaupt nicht um die Gemeinde. Und ich behaupte doch, es geht um Gemeinde. Denn Paulus gibt uns hier in Vers 3 einen Auftrag für eine Einstellung mit auf den Weg, die die Grundlage für die Gemeinschaft ist. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Diese Botschaft, das Evangelium fordert die richtige Einstellung für die neue Gemeinschaft. Und die Grundlage dafür ist eben Vers 3. Wir Menschen haben ein Kernproblem. Wir lieben uns selbst, stellen uns in den Mittelpunkt und halten uns selbst für die Besten. Das sagt niemand offen, außer vielleicht einige Stars wie Cristiano Ronaldo, aber fast jeder denkt es. Paulus schreibt Vers 3, um das zu korrigieren. Denn die Sünde der Selbstliebe und die Sünde des Stolzes sind der Killer für jede soziale Gemeinschaft und erst recht für die Gemeinde. Um uns das zu erklären, benutzt Paulus hier im Original, also im Griechischen, von Vers 3 viermal eine Form des Wortes Denken. Wörtlich übersetzt schreibt Paulus in Vers 3, wir sehen das da unten, ich sage einem jeden unter euch, dass er nicht höher von sich denken soll, als es sich zu denken gebührt, sondern dass ihr mit richtigem Denken denkt. Klingt auf Deutsch etwas lustig, deswegen haben es die deutschen Bibeln auch immer schöner formuliert. Aber es geht Paulus um dieses richtige, angemessene, bescheidene Denken, das meine Übersetzung mit dem Wort Bescheidenheit übersetzt hat. Wie bekommt man diese Bescheidenheit, diese richtige, angemessene Denkweise über sich selbst. Sie kommt, wie alles, was wir bisher gehört haben, aus dem Evangelium. Es ist nämlich so, egal wer du bist, ob du arm bist oder reich, ob du schlau bist oder dumm, ob du hübsch bist oder nicht so, dass du Christ wurdest, hat rein gar nichts mit deinen Fähigkeiten oder deinen Leistungen zu tun. rein gar nichts. Wir haben das schon gehört in fast allen Vorträgen bisher. Aber Paulus weist uns darauf auch in unserem Abschnitt hin, in Vers 3. Dort sagt er nämlich, wie Gott einem jeden Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. In anderen Worten, nicht mal auf deinen Glauben kannst du dir irgendwas einbilden. Mag ja auch noch so groß sein, denn es ist Gottes Geschenk an dich. Das heißt nun praktisch, wenn du das Evangelium, diese Botschaft, die alles ändert, verstehst und wenn du darüber nachdenkst, dann führt das dazu, dass du bescheiden wirst, dass du richtig über dich denkst. Denn das Evangelium erklärt dir, dass du böse bist, dass du selbst geistlich tot bist und dass du auf der anderen Seite dein Leben, deinen Glauben, deine Errettung, deine Beziehung zu Gott und alles andere zu 100% diesem Gott verdankst. Im Epheserbrief, im 2. Kapitel schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr gerettet und das nicht aus euch. Gottesgabe ist es, nicht aus Werken, dann der Grund, damit sich niemand rühme. Das Wort, das hier in Vers 3 mit Bescheidenheit übersetzt wurde, das wird im Griechischen, also auch in Texten, die nichts mit der Bibel zu tun haben, sehr oft verwendet, um das Gegenteil zum Stolz auszudrücken. Und deswegen heißt dieses richtige Denken, diese Bescheidenheit, nimm dich selbst zurück. Deine Ansprüche, deine Träume, das, was du erwartest, sind nicht das Wichtigste. Brich deinen Ego-Trip ab und stelle Gott ganz nach oben, dann deinen Mitmenschen, vor allem deinen Mitmenschen in der Gemeinde und dann erst dich. Das Evangelium, diese Botschaft, die alles ändert, sie fordert und fördert die richtige Einstellung für die neue Gemeinde oder neue Gemeinschaft. Denn sie hilft uns richtig und angemessen von und über uns selbst zu denken. Paulus sagt hier am Anfang, ich sage euch das, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist. Auch er verweist auf die Gnade. Denn genau wie jeder Christ ist natürlich auch Paulus aufgerufen, bescheiden und angemessen von sich zu denken. Paulus steht da nicht drüber. Und für Paulus hätte dieses bescheidene Denken ein noch viel größeres Problem sein können als für uns. Denn Paulus ist Apostel. Also wir würden sagen, absolutes Top-Level im Christentum. Und da könnte Paulus schnell auf die Idee kommen, ich bin ganz schön cool. Aber Paulus wirkt das gleich am Anfang von Vers 3 für sein eigenes Leben ab. Er schreibt hier die Tatsache, dass er Apostel ist, der Gnade Gottes zu. Im Prinzip sagt er, es ist zu 100% ein Geschenk, dass ich ein Leiter der Christen sein darf. Und wenn wir Paulus' Geschichte kennen, dann ist auch klar, wovon er redet. Paulus hatte selbst von Jesus absolut rein gar nichts wissen wollen. Er war der Feind von Jesus gewesen, so radikal und überzeugt, dass er die ersten Christen mit dem Tod verfolgte. Aber Gott war gnädig und drehte sein Leben irgendwann um 180 Grad herum. Paulus war auf dem Weg, auch die Christen in Damaskus, also einer Stadt, die deutlich von Jerusalem weg war, zu verfolgen, zu töten. Und dort auf dem Weg erschien Jesus und machte aus einem der fanatischsten Christenverfolger den Apostel der Heiden. Paulus wusste am eigenen Leib, was es bedeutet, aus Gnade gerettet zu sein, und zwar aus reiner Gnade. Was es bedeutet, aus Gnade Apostel sein zu dürfen. Und deswegen war ihm auch klar, was es bedeutet, richtig, angemessen, bescheiden, von sich selbst zu denken. Diese Bescheidenheit ist das, wozu Paulus uns auffordert. Das ist die Grundvoraussetzung, um uns für das Leben in der neuen Gemeinschaft auszurüsten. Ich lese die Verse 4 und 5. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Diese Botschaft stellt uns zusammen in eine neue Gemeinschaft. Wenn ein Mensch dadurch Christ wird, dass er dem Evangelium glaubt, dann wird er nicht nur errettet. Dann hat er nicht nur die Sicherheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern er wird auch Teil einer neuen Gemeinschaft. Paulus setzt das hier in Römer 12 einfach voraus. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir das erstmal verstehen. Und deswegen lasst uns kurz einen Blick in einen anderen Brief von Paulus werfen, nämlich in den Epheserbrief, Epheser Kapitel 2, Vers 16. Dort schreibt Paulus, und ich habe das jetzt mal ein bisschen abgekürzt, Jesus kam und dann, um uns in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz. Mit dem Leib meint Paulus hier nicht den Körper von Jesus, sondern er meint die Gemeinde. Und weil das so unglaublich wichtig ist, sage ich es nochmal, Jesus kam und starb am Kreuz, nicht nur um uns, um dich persönlich zu retten, das natürlich auch, aber eben auch, um uns gemeinsam in eine neue Gemeinschaft zu stellen, die Gemeinde. Und wenn ihr alles nachher vergesst, was ich in dieser Predigt gesagt habe, behaltet euch diesen einen Satz. Und wenn ihr nichts mitschreibt, schreibt euch diesen einen Satz mit. Am Kreuz hat Jesus uns in eine neue Gemeinschaft gestellt. Und das bedeutet dann, dass Versöhnung, Errettung, Rechtfertigung nicht nur etwas zwischen Gott und dir persönlich sind, sondern dass uns diese Sachen in eine neue Gemeinschaft stellen. Christsein und Gemeinde sind keine Sachen, die man voneinander trennen darf. Und wenn wir das tun, dann zeigen wir leider, dass wir mehr vom Individualismus unserer Zeit geprägt sind, als vom biblischen Denken. Das, was wir im Epheserbrief gerade gelesen haben, das deutet Paulus übrigens auch hier in unserem Abschnitt an. Er sagt in Vers 5, dass wir ein Leib in Christus sind. Das heißt, wir sind keine Gemeinde, weil wir uns so nett finden oder alle das gleiche Hobby haben, sondern weil wir durch den Glauben mit Christus vereint sind und dann von ihm in die Gemeinde gestellt wurden, als sein Leib. So schreibt es Paulus im Epheserbrief. Gehen wir dieser Sache noch ein bisschen auf den Grund, denn man kann sie auch leicht missverstehen. Die katholische Kirche lehrt zum Beispiel im Prinzip, du bist Christ, wenn du zu unserer Kirche gehörst. Denn nur bei uns in der Kirche oder in der Gemeinde gibt es Errettung. Das ist unbiblisch und damit falsch. Aber wir dürfen eben auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Viele Christen, gerade Junge, haben heute die Einstellung, ich bin alleine durch meinen Glauben ein Christ. Jesus ist mein Herr und ich sage, so weit, so gut, wunderbar. Wenn du das glaubst, wenn du dem Evangelium glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Aber leider bleiben viele junge Christen dort stehen und sagen sich, naja, jetzt wo ich Christ bin, da suche ich mir Veranstaltungen, die mir weiterhelfen. Mal ist das ein Lobpreisabend in Gemeinde A, dann die Jugend in Gemeinde B und ab und zu, wenn es Samstagabend nicht allzu spät geworden ist, dann gehe ich auch mal gerne zum Sonntagmorgen Gottesdienst in Gemeinde C. Passt das zu Epheser 2, Vers 16? Jesus hat uns am Kreuz in eine neue Gemeinschaft gestellt. Oder passt das zu der Beschreibung der Christen in Vers 4 und 5 hier in Römer 12? Zwischen der Einstellung, die ich eben beschrieben habe und der Beschreibung hier von Paulus, was die Gemeinde ausmacht, liegt ein großer Unterschied. Merkt ihr das? Denn Christen, die die Gemeinde mit dieser Einstellung behandeln, behandeln die Gemeinde mit der Einstellung, als wäre die Gemeinde ein Eventmanager, der, wie der Name schon sagt, Events anbietet. Ich gehe halt hin, wenn es mir gefällt und mir in den Kram passt. Und vielleicht merkst du gerade, dass du diese Einstellung hast. Ich bin hier nicht da, um dich einfach nur zu kritisieren. Ich bin hier, um dich zu ermutigen, dass du dich verbindlich einer Gemeinde anschließt und dich dort von ganzem Herzen einbringst. Das ist zwar nicht immer einfach und ich weiß das, aber das weiß auch Paulus und deswegen hat er uns ja vorher, erinnert euch Vers 3, zur Bescheidenheit, zum richtigen Denken über uns selbst aufgefordert. Denn wenn du dir mit der Einstellung die Gemeinde suchst oder eine Gemeinde suchst, die Gemeinde muss meinen Vorstellungen, meinen Träumen, meinen Wünschen entsprechen, dann gehst du mit der falschen Einstellung, mit der falschen Denkweise auf die Suche. Die richtige Frage ist nämlich genau umgedreht. entspricht diese Gemeinde Gottes Vorstellungen und Wünschen. Das ist wichtig. Wenn du so herumfragst, dann hast du nämlich viel verstanden, was Paulus über das richtige Denken in Vers 3 und auch in den Versen 1 und 2 gesagt hat. Nächste Frage. Was ist denn jetzt überhaupt eine Gemeinde? Also sind wir hier eine Gemeinde? Ist automatisch dort, wo ein Kirchengebäude steht, eine Gemeinde? Macht eine Orgel oder ein Altar? Ein Satz feiert Jesus Liederbücher oder ein Cajon eine Gemeinde? Natürlich nicht. Es gibt zwei Bilder in der Bibel, die uns helfen zu verstehen, was eine Gemeinde ist. Das eine, das erste ist das Bild des Gebäudes. Gemeinde gleich Gebäude. Die Bibel sagt, eine Gemeinde ist so wie ein Gebäude zusammengesetzt aus den verschiedenen lebendigen Steinen. Das sind die Menschen in der Gemeinde. Durch dieses Bild wird deutlich, eine Gemeinde ist eine geordnete Organisation. Zum Beispiel auch so ein Steinhaufen irgendwie besteht aus Steinen, aber es ist kein Gebäude. Genauso ist auch nicht jede Gruppe von Christen automatisch eine Gemeinde. Sondern eine Gemeinde ist dort, wo sich Christen versammeln und sich organisieren. Da geht es dann darum, dass die Gemeinde Leiter hat und dass es eine Ordnung gibt. Es geht darum, dass klar ist, wer dazugehört und wer nicht. Es wird darauf geachtet, dass kein Unsinn gepredigt wird, sondern dass das Evangelium im Zentrum steht. Die Gemeinde ist also wie ein Gebäude, organisiert und strukturiert. Wer das nachlesen will, Epheser 2, 1. Korinther 3 und 1. Petrus 2. Aber die Bibel kennt noch ein anderes Bild für die Gemeinde. Und das ist das Bild, was wir hier in Römer 12 finden. Es ist das Bild des Leibes. Paulus verwendet es auch noch an anderen Stellen, zum Beispiel in 1. Korinther 12. Auf den ersten Blick scheint ja das Bild des Gebäudes, dem Bild des Leibes oder des Körpers zu widersprechen. Aber beide Bilder sind nicht dazu da, sich einander zu widersprechen, sondern sie beleuchten verschiedene Eigenschaften oder verschiedene Seiten der Gemeinde. Beim Gebäude war es die Strukturen, die Organisation, beim Leib ist es das Miteinander und das gegenseitige Unterstützen. Wir alle kennen, denke ich, Behörden. So wie das Rathaus hier in Gießen zum Beispiel, ich wohne fast daneben und auch im Rathaus ist alles super strukturiert. Ich habe da mal einen Raum gesucht und es war alles organisiert und strukturiert. Es gibt dort eine Ordnung, einen Chef und trotzdem ist so eine Behörde ziemlich unpersönlich. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass der Chef von Dezernat A, Abteilung 3 besonders motiviert ist, dem Sachbearbeiter in Dezernat C, Zimmer 221, hilfreich unter die Arme zu greifen. Die Gemeinde ist anders, denn sie ist nicht nur organisiert, sie besteht auch aus Menschen, die füreinander da sind, die zueinander gestellt wurden, um einander zu dienen und zu helfen. Und dafür ist das Bild des Leibes da. Mein Ziel ist es jetzt, dieses Bild des Leibes oder Körpers ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Was ist ein Leib? Ein Leib hat verschiedene Merkmale, die für dieses Bild des Leibes wichtig sind. Erstens, er hat verschiedene Organe und Körperteile mit unterschiedlichen Funktionen. Zweitens, diese Körperteile sind in ihrer Unterschiedlichkeit zusammengefügt zu einem Leib. Und drittens, zusammenarbeitet dann dieser Leib und diese Organe, die zusammengefügt sind, an einem Ziel. Nochmal. Erstens, viele verschiedene Körperteile mit vielen verschiedenen Funktionen. Zweitens, die sind alle zusammengefügt. Und drittens, die arbeiten zusammen an einem Ziel. Die einzelnen Gemeindeglieder sind in dem Bild des Leibes die Körperteile. Wir sind als Christen in ganz konkreten Ortsgemeinden eins. Um uns zu helfen, um uns zu unterstützen, um im Glauben zu wachsen, aneinander, um uns gegenseitig zu ermahnen und ermahnt zu werden, um uns gegenseitig zu trösten und getröstet zu werden. Eins sein in der Gemeinde, das ist schnell gesagt. Wir sind halt eins, das ist richtig gut. Wir haben auch so eine Adressliste, da stehen wir alle drauf. Das ist eine Adressliste, super. Es geht darum, bei der Einheit sich um andere zu kümmern. Und ich rede nicht über die Person, die ungefähr so alt ist wie du, die jeden Sonntag im Gottesdienst neben dir sitzt und die du auch unter der Woche dreimal siehst. Sondern ich rede über die ältere Frau, die vielleicht etwas seltsam ist und bei der du beim besten Willen nicht weißt, was du mit ihr reden sollst. Oder der alleinstehende arbeitslose Mann mittleren Alters, der immer so komisches Zeug erzählt. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das nicht die Leute sind, zu denen wir uns in unseren Gemeinden hingezogen fühlen, gerade als junge Leute. Aber das sollte anders werden, durch die Botschaft, die alles ändert. Wir sind mit diesen Leuten durch den Tod und die Auferstehung von Christus ein Leib geworden. Und so radikal das ist, was ich jetzt sage, mit jedem Christen in deiner Gemeinde, auch mit den seltsamsten, verbindet dich unendlich viel mehr als mit jedem Nichtchristen, mit dem du dich vielleicht super verstehst. der Grund dafür ist Christus, weil wir eins sind in Christus als ein Leib. Und das ist jetzt nicht meine These, sondern das sagt Gott uns durch dieses Bild des Leibes in seinem Wort. Und das ergibt, wenn wir darüber nachdenken, eine heftige Herausforderung für uns. Gehen wir sonntags in unsere Gemeinde mit dem Blick dafür, dass wir dort alle eins sind? Haben wir das Ziel, die Einheit in der Gemeinde zu stärken und gleichzeitig auch die anderen kennenzulernen? Und ich meine, wirklich kennenzulernen? Also wir haben uns ja schon so ein bisschen daran gewöhnt, alles in der Gemeinde so auf der Oberfläche laufen zu lassen. Ich gehe mit dem Lars, der mich eben vorgestellt hat, in eine Gemeinde und vor gut einer Woche bin ich in die Bibelstunde gegangen und ich war gut drauf und ich setze mich so neben Lars und sage zum Lars, ey Mann, wie geht's dir? Und der Lars guckt mich so an. Geht so. Und ich merke, wie ich in dem Moment vollkommen schockiert war, dass ich nicht die Antwort gekriegt habe, die ich zu 99% kriege, nämlich gut. Ich schätze den Lars sehr dafür, dass er mir immer ehrlich sagt, wie es ihm gerade geht. Aber was ich sagen will ist, sind wir wirklich daran interessiert, wie es dem anderen in der Gemeinde geht? Und manchmal kriegen wir ein Gut auf die Frage, wie geht's dir? und wir merken ziemlich genau, dieses Gut ist ein GUT, was eigentlich schlecht heißt. Haben wir den Mut, dann weiter zu fragen? Haben wir den Mut, zu sagen, lass uns mal ins Nachbarzimmer gehen, ich würde gerne mal mit dir reden. Und dann zu sagen, du hast dir zwar gerade gesagt gut, aber ehrlich gesagt, du siehst echt nicht so aus. Möchtest du nicht mal mit mir darüber reden? Habt ihr es noch nie erlebt? Es geht um die Einheit, es geht darum, dass wir diese Einheit, die wir sind in Christus, wirklich praktisch leben. Einheit, das ist super, das ist die Herausforderung, aber das kann man leider auch ganz schnell falsch verstehen. So nach dem Motto, die Gemeinschaft ist alles und du bist nichts. Aber so ist die Bibel nicht. Denn sie sieht in der Gemeinschaft in dem Leib auch jeden Einzelnen, also auch dich ganz persönlich. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Diese Botschaft sieht den Einzelnen innerhalb der neuen Gemeinschaft. Das bezieht sich immer noch auf die Verse 4 und 5. Im Konzept des Kommunismus gibt es das Ideal, dass alle Menschen gleich sind und dass die Gesellschaft, auf das Wichtigste ist. Alles gehört irgendwie allen und das Wort privat oder persönlich wird immer mehr zum Fremdwort. Auch in den traditionellen Gesellschaften in den Nahen und Mittleren Osten ist das ähnlich. Dort ist es nicht die Gesellschaft, aber deine Familie, dein Clan. Versagst du, dann ist das nicht in erster Linie dein Problem, dann fährst nicht du dein Leben gegen die Wand, denn dein Leben ist sowieso unwichtig, aber du bringst Schande auf deine Familie oder deinen Clan. Die Gruppe zählt alles und du fast nichts. Wie wir am Anfang der Predigt gesehen haben, ist es bei uns im Westen heute fast genau umgedreht. Familien und soziale Bindungen lösen sich immer mehr auf oder verlieren zunehmend an Bedeutung. Was beim Individualismus zählt, ist der Einzelne, seine Karriere, seine Leistung, sein Versagen ist dann eben sein Problem. Beide Systeme, dieses Kommunistische und der Individualismus, sie haben ihre Vorteile, aber, und das ist der entscheidende Punkt, sie haben auch ihre massiven Nachteile. Das Faszinierende jetzt an der biblischen Gemeinde in Christus ist, dass sie eben auf der einen Seite diese Einheit sieht, die Gemeinschaft, aber auf der anderen Seite verliert sie auch niemals den einzelnen Menschen in seiner Unterschiedlichkeit, in seiner Einzigartigkeit aus dem Blick. Und auch das gibt eben das Bild des Leibes her. Ein Leib ist eine Einheit. Ich habe zum Beispiel ein Leib und jetzt ist es nicht so, dass da hinten mein Magen sitzt, da hinten meine Hände und hier mein Mund und dann bringen die Hände so das Essen meinem Mund und der Mund bringt es dann meinem Magen. Abstruse Vorstellung, aber es ist völlig selbstverständlich für uns, dass der Leib eine Einheit ist. Diese Einheit sollen wir eben praktisch leben. Das haben wir gesehen in Punkt 2. Aber darüber hinaus dürfen, sollen die Menschen in der Gemeinde unterschiedlich sein. Das sehen wir an dem Bild der Glieder oder wir würden heute sagen Körperteile in Vers 4. Und in Vers 5 sagt Paulus das nochmal explizit, indem er von den Einzelnen spricht. Dass Einheit nicht Gleichheit in allem bedeutet, das zeigt sich schon alleine dadurch, was für Menschen in Gemeinden zusammenkommen. In meiner Gemeinde, die ist relativ klein, sind es so ungefähr 40 Leute. Aber was für verschiedene Leute da zusammenkommen? Es gibt Frauen und Männer, Leute mit mehr Geld und Leute mit weniger Geld, Grundschüler und Rentner, Gymnasiasten und Realschüler, Azubis, Gesellen und Studenten, Fabrikarbeiter, Lehrer, Manager, Fußballer, Leseratten und Musikfreaks, Singles und Verheiratete, Extrovertierte und Introvertierte und ich könnte mit der Liste noch bis morgen früh weitermachen. Ganz ähnlich sieht es hoffentlich in deiner Gemeinde aus. Die unterschiedlichsten Menschen kommen zusammen, weil sie an Jesus Christus glauben. Und während sie im Glauben Jesus immer ähnlicher werden sollen, also da Einheit und auch in gewisser Weise Gleichheit, Jesus ähnlicher werden, ist ihre Unterschiedlichkeit ansonsten völlig in Ordnung. Und sie ist nicht nur in Ordnung, sondern sie ist etwas Wunderbares. Schließlich hat Gott uns so unterschiedlich gemacht. Er liebt uns ganz persönlich. Er kümmert sich um dich ganz persönlich. Er lässt sich nicht einfach in der Masse verschwinden und sagt, die Masse zählt, du zählst nichts. Und trotzdem stellt er dich als Einzelnen in diese Gemeinschaft, die er am Kreuz sich erworben hat, gerade weil er dich persönlich so sehr liebt. Aber unsere Unterschiedlichkeit beschränkt sich eben nicht nur auf unsere unterschiedlichen Charaktere, Berufe, Lebensalter, Geschlechter, Hobbys und was es sonst noch gibt. Es gibt noch eine Sache, in der die Menschen in einer Ortsgemeinde unterschiedlich sind und das sind die Gnadengaben, von denen wir in den Versen 6 bis 8 lesen. Ich lese diese Verse nochmal. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben, gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschieht er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer mahnt, diene in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer beim Herzigkeit übt, mit Freudigkeit. Und das bringt mich zum vierten und letzten Punkt. diese Botschaft, das Evangelium rüstet uns aus für das Leben in der neuen Gemeinschaft. Jeder Christ hat von Gott Gaben mit auf den Weg bekommen. Gnadengaben nennt Paulus sie hier, Geistesgaben im ersten Korintherbrief. Das ist das Gleiche. Es sind Gabenfähigkeiten, die Gott dir geschenkt hat, um anderen in der Gemeinde damit zu helfen und zu dienen. Und das wird nicht erst in den Versen 6 bis 8 deutlich, sondern das sagt Paulus im Prinzip schon in Vers 4, wo er schreibt, dass nicht alle Glieder dieselbe Tätigkeit haben. Damit sagt er eben auch, dass alle Gemeindeglieder irgendeine Tätigkeit haben. Wir könnten jetzt weitermachen und uns ganz schnell mit der Frage beschäftigen, welche Geistesgaben es da gibt und so weiter. Aber ich möchte hier mal ganz kurz innehalten. Paulus deutet es hier an. Petrus sagt es uns in seinem ersten Brief. Jeder. Jeder Christ hat von Gott eine Gnadengabe empfangen. Jeder. Wenn du Christ bist, also auch du. Dienst du deinen Geschwistern mit deiner Gabe? Wenn du nicht weißt, was deine Gnadengabe ist, dann ist es kein Grund, jetzt dein Christsein zu bezweifeln, sondern dann ermutige ich dich. bitte Gott, dass er dir zeigt, was deine Gnadengabe ist. Sprich mit deinen Ältesten. Sprich mit deinem Pastor. Sprich mit anderen Christen, die weise sind. Frage sie. Und als kleinen Tipp, es muss nicht immer so sein, aber es kann sein, dass sich deine Gnadengaben auch mit den anderen Talenten, mit den generellen Talenten decken, die Gott dir gegeben hat. Jeder Christ hat von Gott eine oder sogar mehrere Gnadengaben empfangen, um sie in der Gemeinde einzusetzen, um die Gemeinde dadurch zu bauen. Aber auch hier wird Paulus nicht müde zu betonen, dass diese Gaben uns aus Gnade von Gott geschenkt sind. Er nennt sie Gnadengaben. Und damit ja auch keiner auf die Idee kommt, sich irgendetwas auf seine Gnadengabe einzubilden, fügt er in Vers 6 hinzu, gemäß der uns verliehenen Gnade. Das Bekloppteste, was eine Gemeinde machen kann, ist ein Gabenkontest. Ey Mann, ich kann das und das besser als du. Cool, oder? Ey, ihr schmunzelt jetzt, aber die Gemeinde in Korinth, aus der Paulus diesen Brief geschrieben hat, diesen Römerbrief, die hat genau das gemacht. Man kann sich nicht selbst auf die Schulter klopfen für Dinge, für die man rein gar nichts kann. Ich hoffe, das ist in diesen Tagen deutlich geworden. Daneben passen die Gnadengaben wunderbar in das Bild der Einheit und der Unterschiedlichkeit der Gemeinde. Die Einheit wird deutlich daran, dass alle in einer Gemeinde Gaben haben und dass sie sie dafür einsetzen sollen, dass wir eins werden. Die Unterschiedlichkeit wird daran deutlich, dass alle unterschiedliche Gaben haben, wie Paulus am Anfang von Vers 6 sagt. Und jetzt können wir zu der Frage kommen, wie sehen diese Gaben konkret aus? Paulus gibt uns hier eine Liste von sieben Gaben und erst mal zur Beruhigung, wenn du jetzt diese Liste gelesen hast und gedacht hast, oh Mann, davon habe ich aber gar keine, ich mache irgendwas anderes in meiner Gemeinde, diese Liste ist nicht vollständig. Wir haben in der Bibel in anderen Briefen von Paulus andere Listen, wo teilweise diese Gaben auftauchen, teilweise andere und ich glaube auch nicht, dass jede Gnadengabe, die es gibt, in der Bibel explizit aufgeführt ist. Gehen wir die sieben, die wir hier haben, kurz durch. Die erste Geistesgabe, die hier steht, Weissagung oder Prophetie. Leute, mit dieser Gabe haben von Gott direkte Botschaften empfangen und sie anderen weitergegeben in speziellen Situationen. Zum Beispiel gab es einen Propheten namens Agabus, der dem Paulus irgendwann mal gesagt hat, Du Paulus, wenn du nach Jerusalem gehst, werden dich die Menschen dort gefangen nehmen. Es war eine Botschaft von Gott, eine Prophetie, mit der er Recht behalten hat. Die zweite Gabe, wir sollen dienen, wenn wir dienen. Hier geht es ganz praktisch darum, anderen hilfreich unter die Arme zu greifen, mit deinen Händen. Und wenn du dann dienst, dann tue das im Dienen. Klingt irgendwie seltsam, aber dann tue das eben nicht um dafür Applaus zu kriegen. Dann dienst du nämlich für die Belohnung und nicht im Dienen. Diene im Dienen und sei bereit, von anderen so behandelt zu werden wie ein Diener. Wunder dich nicht. Du dienst, also werden dich Leute behandeln wie einen Diener. Und dann geht es wieder um Vers 3. Bist du bescheiden? Kannst du zurückstecken? Dritte Gabe. Wer lehrt, diene in der Lehre. In einer Gemeinde gibt es viele Lehrer. Vom Pastor bis hin zu denen, die Hauskreise oder den Kindergottesdienst leiten. Und auch dort steht, wer lehrt, diene in der Lehre. Man kann viel und gut reden. Man kann viele Witze machen. Man kann beliebt sein. Man kann doch nicht lehren. Die Frage, die sich jeder Lehrer stellen muss, vom Kindergottesdienstmitarbeiter bis zum Pastor, ist folgende. Ist es mein Ziel, dass die Leute, die ich belehre, nachher das Evangelium besser verstanden haben? Dass sie Christus mehr lieben? Dass sie mehr dazu motiviert sind, Christus zu dienen? Oder will ich mich selbst in den Mittelpunkt stellen? Vierte Gnadengabe. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer von euch würde spontan sagen, er hat die Gabe der Ermahnung? Bitte mal die Hand heben. Das ist doch mit Abstand die uncoolste Gabe, oder? Leuten zu sagen, was sie falsch machen und sie dann auf den richtigen Weg zurückbringen. Leute, die das in der Gemeinde machen, sind nicht die beliebtesten Leute in der Gemeinde. Aber Matthias, vielleicht die nötigsten. Heute. Es gibt nämlich ganz wenige davon. Und wenn es in deiner Gemeinde so jemanden gibt, dann sei Gott unendlich dankbar dafür. Denn er hat diese Person gesandt, um dich immer wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Und es ist nicht angenehm ermahnt zu werden. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Denkst du dir, ach Mann, lass mich doch einfach in Ruhe. Echt. Aber es ist unglaublich wichtig. Wer gibt, tu es mit Einfalt. Steht in meiner Übersetzung. Ich finde Einfalt nicht so ein passendes Wort. Ich weiß nicht, was man darunter so richtig verstehen soll. Deutlich besser finde ich Großzügigkeit. Wer gibt, tu es mit Großzügigkeit. Es gibt in den meisten Gemeinden reiche Leute. Das ist super. Das Problem ist, auch das haben wir schon gesehen, je reicher Leute werden, desto mehr hängen sie oft an ihrem Reichtum. Reiche Christen sind dazu befreit, nicht mehr an ihrem Reichtum hängen zu müssen. Und der Heilige Geist befähigt einige von ihnen großzügig und gerne das Geld der Gemeinde zu geben. Und manchmal befähigt er auch Leute dazu, die gar nicht viel Geld haben. Und irgendwie ist das so eine Gabe, die klingt nicht besonders fromm oder geistlich, oder? Geld ist nicht so geistlich. Aber Gemeinden brauchen Geld. Und auch diese Gabe ist enorm wichtig. Als Sechstes, wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Leiten und Vorstehen sieht doch von außen immer super attraktiv aus, oder? Wenn man leitet, dann kann man doch schließlich alles bestimmen, was so läuft. Und zwar so, wie man selbst das gerne hätte. Aber leiten ist alles andere als einfach. Es gibt wenig Anerkennung und viel Kritik. Und da kann man schnell den Mut verlieren. Paulus sagt, wenn ihr leitet, dann seid eifrig dabei. Seid mit ganzem Einsatz dabei. Und macht euch nicht abhängig von der Kritik anderer Leute. Und als Letztes, wer Barmherzigkeit übt, der tue das mit Freudigkeit. In jeder Gemeinde gibt es immer Leute, denen es aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gut geht. Und oft kommt mir da der Gedanke, da hinten ist so jemand, so sonntags in der Gemeinde, ich sollte da jetzt mal hingehen. Ich bin ja Christ und wir sind hier eine Gemeinde und eins und da muss ich das halt machen. Da muss ich mit dem reden und dann mal gucken, ob ich den irgendwie aufgemuntert kriege. Und als würde Paulus solche falschen Gedanken kennen, sagt er hier, es geht nicht darum, einfach irgendwie barmherzig zu sein, weil man es halt so macht. Sondern Gott will von uns, dass wir es mit Freude tun. Und Menschen, die Barmherzigkeit brauchen, die sind meistens nicht fröhlich. Und deswegen tue es mit Freude und mit einer Freude, die ansteckend ist, die auf diese Menschen, die Barmherzigkeit brauchen, abfärbt. Sieben Gaben hier, alles vom Lehren bis zum praktischen Dienen. Und damit rüstet Gott uns als Gemeinden aus, um die Einheit in unserer Unterschiedlichkeit zu leben und um ihm dadurch die Ehre zu geben. Es stellt sich an dieser Stelle für dich eine Frage. Bist du bereit, dich mit deiner Gabe für deine Geschwister im Glauben in der Gemeinde einzusetzen? Vielleicht mangelt es dir an der Motivation. Oder du siehst die ganzen Probleme, die es in einer Gemeinde gibt. Und die gibt es. Und ich glaube, um diesen Problem Abhilfe zu schaffen, also diesem Problem der mangelnden Motivation oder der Verzweiflung über vieles, was in Gemeinden nicht so läuft, da hilft es nicht so zu sagen, wir müssen aber, wir müssen aber, wir müssen aber, sondern es hilft uns, wenn wir uns angucken, wie Gott die Gemeinde sieht. Was die Gemeinde eigentlich überhaupt ist. Gott sieht diese Gemeinde als wunderschön an. Jede Gemeinde. Und deswegen wollen wir am Ende dieser Predigt nochmal darauf eingehen, wie schön Gott die Gemeinde findet. Matthias stammt ja aus München, deswegen gehe ich für mein Beispiel jetzt mal nach München. Dort in München, im Restaurant Gisela trafen sich vor über 100 Jahren am 27. Februar 1900 11 fußballbegeisterte Männer. Neben gutem Essen und gutem Trinken füllten sie einige Formulare aus, denn bei ihrem Treffen gründeten sie einen Verein. Nicht irgendeinen Verein, sondern den FC Bayern München. Es kostete ein wenig Tinte, einen Abend, ein paar Unterschriften und später natürlich ein bisschen organisatorische Arbeit bei der Strukturierung eines Vereins. Aber im Prinzip war es das. Die Gemeinde ist viel mehr, gerade in Gottes Augen, viel mehr und ganz anders als ein Verein. Bei ihrer Gründung floss nicht ein bisschen Tinte auf ein Blatt Papier, sondern literweise Blut auf die Erde. Die Gründung der Gemeinde kostete dem Sohn Gottes das Leben. Sie ist auch nicht einfach ein Jesus-Fan-Club, sondern sie ist eine neue Gemeinschaft, die die Bibel als den Leib Christi, als den Leib des Sohnes Gottes persönlich bezeichnet. Die Bibel sagt, die Gemeinde ist der Ausdruck der Weisheit Gottes. Willst du wissen, wie weise Gott ist? Guck dir die Gemeinde an. Sie ist die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind eigentlich nicht heilig, aber in Christus sind wir heilig. Und deswegen kann man die Gemeinde als die Gemeinschaft der Heiligen bezeichnen. Wir sind ein heiliges Priestertum. Leute, die Zugang in Christus zu Gott haben, wie es im Alten Testament nur der hohe Priester hatte, einmal im Jahr. Das haben wir dauerhaft als Gemeinde. Warum? Weil Christus durch sein Blut uns erlöst hat und uns in diese neue Gemeinschaft gestellt hat. Und nochmal, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das oft sonntags oder freitags oder mittwochs, ich weiß nicht, wann ihr Treffen habt unter der Woche, dass das da oft ganz anders aussieht. Gemeindeleben kann manchmal sehr anstrengend sein. Gemeinde ist eben eine Gemeinschaft begnadigter Sünder. Begnadigt, aber immer noch Sünder. Und wenn ihr auf der Suche nach der perfekten Gemeinde seid, dann seid euch über eine Sache im Klaren. Spätestens, wenn ihr dieser Gemeinde beitretet, ist sie nicht mehr perfekt. Und doch ist die Gemeinde in Gottes Augen wunderschön. So wunderschön wie eine Braut, weil er uns eben nicht in unserer Sünde, in unserer alles anderen als perfekten Sündhaftigkeit anschaut, sondern in seinem Sohn Jesus Christus. Und so kann der Apostel Paulus über die Gemeinde schreiben, in der Offenbarung Kapitel 19. Und er vergleicht sie dort mit einer Braut. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen, aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und wie gesagt, der Grund für ihre Schönheit liegt nicht in der Gemeinde selbst begründet. Die Schönheit kommt von außen, von Jesus Christus, von dem Haupt der Gemeinde, von dem Eckstein der Gemeinde, von der Gerechtigkeit der Gemeinde. Der Jesus Christus, der diese Gemeinde durch sein Blut gegründet hat und der dich durch sein Blut in diese Gemeinschaft gestellt hat. Und zu dieser Gemeinschaft gehören Menschen wie du und ich, die durch dieses Blut gerettet wurden. Und zu dieser Gemeinschaft finden Menschen, weil sie das Evangelium gehört haben, die Botschaft, die alles ändert. Ich bete mit uns. Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020